so und weiter geht hier mit dem handwerken an dem krankenhaus kokosnüsse wachsen hoch die tiere kommen auch schon wieder an aber die hälfte ist geschafft schon das jetzt zu machen so kommen wir jetzt welches hat sie ich jetzt hier vorne welches stein fällt er ist natürlich über den berg als wäre das irgendwie nichts hier ist eine steine 101 was fertig die spannung steigt ja wir haben noch elf tut es dann auch alles im rahmen da kommt der hand darin was das jetzt schon wieder wozu slow also mal leute erstens ist hier noch was drin zweitens ist da noch fisch drin drittens habt ihr noch was in den häusern mehr als genug ja und viertens ist die produktion in vollem gange sagt nicht es ist zu wenig so mal sehen wir gucken so die letzten neuen arbeitsschritte mal jetzt direkt hier so es geht auch nicht weg ok komm hier der macht's fertig jetzt der legt jetzt richtig los der erste boss der macht jetzt hier neun arbeit tritte allein 321 und das krankenhaus ist fertig wir haben keine patienten wir brauchen auch erst mal jemanden der hier überhaupt drin arbeitet einen doktor oder eine schwester wobei doktor er will ja da besser passt ja man schon macht ruhig erstmal jetzt hier euren weg damit wir das erstmal abgeschlossen haben die zwei steine können sie jetzt so genau verbrauchen für den komischen weg da und dann passt das schon na wo bleiben sie da sind sie so heute sich jetzt in stein und das hier fertig zu stellen einmal schon mal den weg fertig ich wollte irgendwas eigentlich gerade bauen habe ich vergessen was ja weg abgeschlossen erst mal mal ein bisschen stein sparen sollte ich denn bauen vermutlich das ding hier bei der audi frage ist wo wir das jetzt wieder hin machen ups 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 mal gucken weil wir haben ja auch hier ne wir machen noch sowas müssen wir auch mal gucken und das könnte man hinter die dings machen die kapelle dann ups ups da ich habe hier könnte man das später hinmachen ④ da war war wieder so viel aber egal oder wartet mal naja ich hatte winter eigentlich nicht aber stört gerade ein bisschen oder das jetzt hier so hätten machen so davor die kirche passt immer gespannt ob die danach einmal diesen weg hier benutzen die merks dahin gemacht haben vermutlich aber nein aber naja gut so fangen wir hier wieder an bitte danke so weil hier irgendwie die kirche hin zu machen und dann dahinter symmetry das passt eigentlich ganz gut wo die kapelle das haben wir hier mit geistern zu tun oder das gerade so ab so ja im winter das heißt die arbeite trotzdem an ihren kokosnüssen weiter vermutlich oder ja da können wir die anderen vier alle abziehen weil die felder waren eh nicht bestellt so hier kommen schon die hast du dir was schön abbauen möchte vermutlich wir haben sogar die brücke benutzt stelle sich das einer vor er hat auch sehr wenig zu tun ja aber leder müssen wir jetzt hier das jetzt nicht auch wenn das wenn die produktion lang vorangeht wir müssen es langsamer machen aber schön die denn als alle irgendwo da wir arbeiten jetzt erstmals hier dran das hat jetzt erstmal höher priorität den ganzen wir das ganze gerümpel hier wegzumachen und dann letztendlich später dann noch hier irgendwo die ganzen steine hm 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 ne 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 hier nicht hier nicht hm da muss man gucken ob die jetzt hier bisschen blöd stoppen wir das halt dann habt ihr jetzt hier weiter arbeitet oder ob das so bleibt wenn nicht dann können wir die auch nämlich erstmals fahr mal abziehen muss er doch erst das wird auch jetzt eine weile dauern ja mal gucken farmerin ist da wird nix mit farmerin war das jetzt mal wieder anmachen ist egal da muss ich das nachher nämlich nicht umstellen gehört besucht krankenhaus braucht anscheinend keine frag mich wie das ding hier funktioniert rock ist es aber kann man aber nicht aktivieren also von daher ich muss mich dann noch mal informieren egal es ist egal dass man so ist erstmal nebensache warum vermutlich jetzt die iron ab so wie ich das sehe müsste ein sein und das müsste stein sein bin mir da aber auch irgendwie nie hundertprozentig sicher dass er so gut wie alles gleich aussieht ein neuer genosse hier vielleicht ein hunter noch keine ahnung ob die dann schneller leder kriegen what ja gut woodcutter was macht er denn er die wieso das war warmes plätze mal gucken ob die natürlich rohstoffproduktion jetzt von dem feuerholz ja voll ist dass ich maximal 900 produzieren sollte mal gucken ob die jetzt was die jetzt macht ob die dann nachher die rohstoffe einsammelt oder nicht oder ob die trotzdem weiter arbeitet was ich doch ja mal ich vermute noch mal gucken ne 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 das ist die leute natürlich nur noch anziehen keine ahnung ob es den Leuten passt ja ohr die nehmen schon die kleidung naja ja eine kleine aber noch wer will wer will wer hat noch nicht mal da ist schon lecker sind die alle na nee das hat das nicht höchste priorität das wollte ich doch immer anlassen probieren wir hier unsere magic tour noch mal aus war es sowieso weil mir irgendwie funktioniert oder ich bin keine ahnung so leider haben dafür steckt da wo bleibt wo ist er denn hier ja okay hört sich aber wir haben später wenn du das heißt wir können die haben wir auch gleich wieder in auf ihre felder schicken hat die fischproduktion ist jetzt auch nicht so atemberaubend groß aber fisch ist irgendwie immer das was als schnellstes weg geht der hat nicht wirklich so viel sind weil es ist ja unser kleines bächlein hier kleines bächlein nicht alles schon fluss der sich sonst wohin zieht aber vermutlich nichts für ja die ja groß die großen fische unser stein was wir jetzt ja schon wieder gewonnen haben ist auch schon wieder fast leer also nicht fast leer aber wenn man jetzt hier sieht wir haben jetzt hier 53 und wenn man das hier bauen haben wir schon die 74 danach wieder weg müssen wir noch mal weiter arbeiten dann laufen auch schon wieder drei okay das passt die können sie dann nachher auch noch einen weg bauen dann wollen wir dann später nach haus keiner krank oder warum geht keiner ins hospital also das kommt ich bin ich will frühling haben gibt mir frühling gibt mir frühling naja die achtzeiten sind aber auch lang schauen sie dann hier hinten die machen jetzt da ein bisschen was von da hinten war die gucken immer mal hier so hin alterliches man die immer hier so hin dann gehen sie wieder dahinter das meine ich auch noch hier so ein weg hin machen blub ja das kommt noch so wir haben ja ja zack 5 war mal 1 2 3 4 5 felder passt ja da kriegt eins ab die hat einer sehr müll vergessen bitte räumen sie ihren müll weg wer auch immer das vergessen hat es sind wichtige rohstoffe mit die zu medizin wo kriegen wir der medizin jetzt wieder her heute wollen wir dann auch noch hier ja eine mine oder so was ähnliches ist es ja unsere bäume die wachsen doch schön aber die zeit wirklich sehr langfristig unsere bauern machen ihre feldarbeiter da kann man nur sagen in pappenheim läuft die wirtschaft wer hat schon gar keine leben mehr arbeitet trotzdem weiter und er ist auch mittlerweile 60 und muss ja irgendwelche schufte arbeit machen es einstatt dass wir gleich mitzunehmen bei uns ablassen es liegen gerne wenn das schon irgendwie weg räumen genau wie da liegt auch so ein haufen zeug noch aber naja wenn sie meinen die müssen ihr zeug liegen lassen lassen sie zeit liegen